Hi, ich bin die Dani. Ich bin seit Oktober Teil des Teams vom Fitnessloft hier in Riedstadt. Ich bin für euch hauptsächlich vormittags für die Betreuung der Trainingsfläche zuständig und gebe auch an zwei Vormittagen und an einem Abend zwei Gesundheitskurse. Mir macht die Arbeit hier besonders Spaß, weil wir zu den Mitgliedern ein sehr persönliches und familiares Verhältnis haben. Das ist mir auch sehr wichtig. Zum einen macht mir die Arbeit dadurch viel mehr Spaß und ich finde auch für die Mitglieder wichtig, dass sie sich wohlfühlen bei ihrem Training, weil so ja nur wenn man sich wohlfühlt, kommt man auch gerne zum Training und kann so natürlich auch seine persönlichen Ziele bestmöglich erreichen. Ich selbst betreibe seit ca. 20 Jahren Fitnesssport, habe ganz normal als Mitglied im Fitnessstudio Gerätetraining gemacht und auch Kurse besucht und so seit ungefähr drei Jahren habe ich die Liebe zum funktionellen Training für mich persönlich entdeckt. Am funktionellen Training gefällt mir besonders, dass es sehr abwechslungsreich ist. Man trainiert die Muskeln immer in Ketten und es gibt zahlreiche Übungen, die man immer variieren kann. So wird das Training nie langweilig und man bekommt einen stärkeren und fitteren Körper und ist dementsprechend auch im Alltag wesentlich belastbarer. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Training bei uns mal auszuprobieren, dann ruft einfach an, kommt vorbei, vereinbart ein unverbindliches Probetraining und wir freuen uns auf euch!